Wir machen direkt weiter mit einem japanischen Zeichen, was zehnmal wiederholt wird. Okay. Das kann ja nur gut sein. Ich darf keinen Schaden nehmen. Ich weiß, brauche ich da einen Triple Jump oder nicht? Anscheinend braucht man einen. Oh, das ist ein ekliges Level. Ich verstehe das nicht, warum jetzt der Unaufschalter nicht getriggert wurde. Okay. So, jetzt habe ich es geschafft. Dankeschön. Ja, aber kein Leben, ey. Ich habe jetzt, glaube ich, sechs Leben oder so verloren. Das ist uncool. Aber egal, das passt schon. Swamp Riding. Ein Level von Wario. War Luigi, wäre mir lieber. Schauen wir mal. Und natürlich hat er keinen Fallschirm. Einzelnen Sekunden ist der Rekord. Okay. Dann muss ja hier eigentlich gleich das Ziel kommen. Eigentlich. Ja. Will ich hier das Leben? Ich denke mal, wenn ein Peach Film kommt, dann wird es da um das ganz was anderes gehen. Ja, ich bin gespannt, wie der wird. Kann es mir noch nicht gut vorstellen. Ja, mal schauen. 38 Sekunden Rekord. Ja, soll ich jetzt da reingehen oder nicht? Äh, das Level ist komisch. Aber schauen wir mal. Na gut, den Barbie Film, den habe ich auch gar nicht geguckt. Ja, vielleicht gucke ich den irgendwann mal. Vielleicht gucke ich den irgendwann mal. Oh Gott. Das Sound von dem Schuh. Äh, das Level gefällt mir nicht. Ist das jetzt pick-up-haft? Bin ich tot? Ich lebe noch. Okay. Ja, man wird ausgelacht. Das ist... Okay, ist okay. Äh, mein Schuh, mein Schuh ist weg. Ich brauche einen neuen Schuh. Aber ich kriege keinen Schuh mehr. Ich könnte hier durch damit spusten, aber... Ich glaube, ich sollte das nicht tun. Ja, da man das Level in 38 Sekunden lösen kann. Gibt es hier 100 Pro Cheese. Garantiert. Oh mein Gott. Okay, ja. Ja, nee, nee, nee. Oh, es ist... Ich weiß halt nicht, ob ich hier rennen soll oder nicht. Okay, nee, passt. Sehr gut. Oh und Vox, willkommen im Stream. Guten Abend. Äh, ich kriege hier keine drei Leben. Nee. Aber immerhin eins am Ziel. Das ist es mir dann doch nicht wert. Machen wir lieber hier ein Speedrun. Und kriegen... Innerhalb von fünf Sekunden miteinander. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Fadaman hat es geschafft. Wahrscheinlich, ja. Die Charaktere... Die Charaktere spielen sich alle gleich, ja. Ganz am Anfang war es nicht so. Da gab es minimale Unterschiede. Aber jetzt spielen die sich alle gleich. Äh, brauche ich den P-Switch? Oh mein Gott. Okay, das ist ein Thresh-Level. Ich rekorde bei elf Sekunden. Ich bin so ein bisschen verdächtig. Und das war dumm. Verliert ein bisschen zu viele Leben. So, ich nehme einfach den Pils mit. Aber das bringt eigentlich nichts. Ähm. Ja, das müsste es eigentlich nicht sein. Ja, okay. Leider kein Leben zurückgekommen. Zwei. Okay. Oh. Okay, der will hier einen krassen Jump haben. Das Ding ist, der Stern macht eigentlich nicht viel aus. Er macht... Während dem Fliegen macht der Stern überhaupt nichts. Ähm. Na gut, ich weiß, was er will. So, ich brauche erstmal hier die volle Geschwindigkeit. Oder da ist ein Block. Natürlich. Ich hatte eigentlich eine andere Idee, aber ja so. Ähm. Oh Gott. Ja, okay. Gut, vielleicht brauche ich den Stern nicht. Ja. Ich hatte erst eine andere Idee. Ich glaube, mit dem Block geht das auch ohne Stern, oder? Ja. Ja, das ist lame. Warum baut er sowas ein, wenn er selber die Daffel nicht schaffen kann? Ähm. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich, äh, den Sprung machen. Möglichst lange quasi nicht gleiten. So, dass es halt dann am Ende perfekt von der Höhe her passt. Und, Just Pleaser, willkommen im Stream. Perfekt, ein Stream nach dem langen Arbeitstag ist genau das Richtige. Sehr gut. Dann willkommen da rein. Mach's dir gewöhnlich. Sehr schön. Und, wir klären hier, ein Level nach dem anderen. Äh, das ist eigentlich nur eine unnötige Aussage, Markus. Also, ja, gut. Naja, ja. An sich ist es ja auch nicht falsch, ne? Okay. Okay. Temple. Oh, nee. Das ist ein langes Level. Ich überlege mir, die super langen Level weg zu scannen. Oder 10 Sekunden, ne? Das geht natürlich auch. Riecht aber so ein bisschen nach Cheese, muss ich sagen. Okay, mal gucken, was hier abgeht. Ähm. Okay, ich glaube, ich muss einfach in die Tür rein. Okay. Oder hier gibt's kein Cheese, sondern man muss einfach nur schnell sein. Das geht natürlich auch. Okay. Ziel. Ich bin im Ziel-Screen, glaube ich. Wirst du im Ziel-Screen sein, oder auch nicht? Nee, okay, okay, jetzt. Alles klar. Impossible Jump. Okay. Mal gucken, was er von mir will. Ich kenne, drei Leute haben es betreten. Das ist ein bisschen komisch. Das Ding ist, wenn die Leute Impossible in den Ziel schreiben, dann ist es halt meistens irgendwie ein sehr leichter Sprung. Oder K. Oder es gibt halt irgendeinen Death Exit. Äh, ich weiß nicht. Okay, ich müsste hier einen Dreiersprung machen. Ich denke, das wäre in Ordnung. Ist aber auch nicht so leicht hier, ne? Okay, ich hätte nicht mal einen Dreier gebraucht. Äh, wie kriege ich die Münze? Der Swamp müsste ja eigentlich wieder nach oben gehen. Hm. Aber er geht da durch. Oh mein Gott, ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, ne. Okay. Gut, er geht. Er wäre noch einmal nach oben gegangen. Aber wir holen uns einfach so die Münze. Vielen Dank für die GGs. Und wieder einen, 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 einen mit Hybi. Äh, 108. Okay. Na, gucken wir mal. Ähm. Ah, okay. Hier geht's rein. Ich dachte mir schon. Shell Dumps. Okay, ich kann mir den Helm mitnehmen. Sehr gut. Ich mach das Unmögliche möglich. Das stimmt. Und. Mal gucken, was hier jetzt verlangt wird. Ich denke mal, diese ganz normalen Kaiser-Dinge. Oder wird hier mehr verlangt? Ich glaube tatsächlich, dass ich das Schwierigste schon hinter mir hab. Jawohl. Checkpoint. Und ich hab'n Helm. Daran hat der Abbauer garantiert nicht gedacht. Ja gut, das ist noch nicht so einfach. Aber es geht, das geht, das geht, das geht. Und ja. Haha, ich hab'n Helm. Helm beschützen. Okay, nice. Oh, hätt' ich jetzt schießen können? Kann man da oben einfach raus? Oh mein Gott. Okay, aber hier müsste ja eigentlich eh gleich das Ziel kommen, von daher. Das ist an sich egal. Und nee, okay, hätte man nicht schießen können. Ja, leider keine Leben. Ähm. Like ich das Level? Ich like das Level und mach'n fetten X2 als Kommentar. Oh Gott. Ich mach' einfach ein großes X2 rein. Am besten deine Katze massiert deinen Rücken. Okay. So. Bis her hat sich noch niemand gemeldet. Aber wer weiß, vielleicht kommt das, ne?